Hallo Freunde, es ist guter Geschmack. Sein Paket von Amazon ist gekommen. Das packe ich jetzt aus. Da drin ist etwas... Oh, leicht ist es nicht. Es ist eine Box, auf die ich mich unfassbar freue. Indiana Jones. Ich kann es ja... Ihr seht es ja eh schon. Indiana Jones ist hier drin. Unboxing. Und danach kommt das Unboxing und die Vorstellung. Guckt es euch einfach an. Viel Spaß dabei. So. So. Die Unterbringung ist... Naja. Ist okay. Es ist zumindest heile angekommen. Glaube ich. Sieht gar nicht schlecht aus, oder? Guckt mal. Haben wir hier unten... Nö. Nö, oder? Das ist normal. Da ist jetzt keine Macke. Sieht erstmal ganz schick aus. Ist das 4-Movie-Collection-Set. Indiana Jones als 4K-Stilbook. Weißer Schuber. Weiße Stils. Hat ja am Anfang für Furore gesorgt, ne? Das war ja... Das erste Vorschaubild waren ja... Als wären das Metal-Packs. Und dann waren einige im Storno-Fieber. Und dann war es immer doch ausverkauft. Und jetzt ist es schon wieder... Ich weiß nicht, ob das so ein... Boah! Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein... krass seltenes Set wird. Ich hab... Da steckt man ja auch gar nicht mehr drin. Harry Potter zum Beispiel damals. Die 4K-Stilbooks gab es ja super lange zu kaufen. Und auf einmal waren die so unfassbar teuer. Also das ist... Man weiß es ja nicht. Man kann ja nicht vorhersagen, was teuer wird. Das ist ja irgendwie auch gut. So. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Um irgendwelche Harry Potter-Sets. Oder um teuer oder nicht teuer. Mir geht es primär darum, dass ich diese Filme unbedingt in der Sammlung haben wollte. Und zwar als 4K-Stilbook. Schön ist tatsächlich jetzt für das Regal, dass man da identische Sets hat. Also die Aufmachung im Schuber ist natürlich bei jedem Set anders. Bei Zurück in die Zukunft sind die auch ein bisschen gequetschter. Bei Harry Potter haben die ja diese Schaumstoffpolstern noch dazwischen. Das ist jetzt so... Ich weiß noch gar nicht, wie... Das gucken wir uns jetzt alles mal in Ruhe an, was da wirklich dazwischen ist. Das Schöne ist... Oh, dann such mal hier die... Oh. Sehr gut, sehr gut. Das Schöne ist ja für mich tatsächlich, dass ich hier eine Erstsichtung vor mir habe. Ja, tatsächlich. Ich hab hier eine Erstsichtung vor mir. Das ist der kleine F-Rime-Insider. Ich habe Indiana Jones nie gesehen. What? Ich glaube, in einem Livestream mit Manuel oder bei Simi auch, war das ja schon ein paar Mal Thema. Das ist immer mal wieder da. Und meine... Ja. Ich habe diese Klassiker tatsächlich nicht gesehen. Auf der einen Seite ist es schön, weil ich jetzt wirklich meine Erstsichtung vor mir habe in 4K. Andere belächeln das natürlich, dass ich diese Filme noch nicht gesehen habe. Das ist wieder so ein Hin und Her. Erst durfte ich sie nicht gucken, dann wollte ich sie nicht mehr gucken. Dann hatte ich sie lange da, dann wollte ich wieder nicht. Und das ist ein Hin und Her. Jetzt hab ich sie da und ich hab richtig Bock darauf. 4K freue ich mich drauf. Ich sehe sowas ja auch gerne in 4K. Und keine Ahnung, ob... Manche sagen ja, das verliert dann seinen Charme, weil es irgendwie zu gut aussieht. Glaube ich nicht. Aber nun gut. Ich vermute, so viel weiß ich ungefähr, dass das hier die Relikte sind aus den ganzen Filmen. Also das ist hier der Skull. Oder? Ja. Crystal Skull und Ark und Co. Also das sind hier diese ganzen Teile. Korriert mich bitte, wenn ich falsch bin. Aber da kann ich jetzt inhaltlich... Ich trete nur in ein Fettnäpfchen, da sage ich immer nichts. So. Steelbook 1. Hören wir schon mal raus. Oder holen wir alle raus? Das Schöne ist ja, meine Unterlage ist hier gut gepolstert. Da kann eigentlich nichts passieren. Da können wir eigentlich auch alle hinlegen. 2, 3, 4. So, fangen wir mal an. Also die Unterbringung... Oh. Hat mir das ausgeleuchtet irgendwie? Da. Das ist natürlich eine günstige Alternative. Es ist halt wirklich nur ein Hochglanz-Pappeinleger dazwischen. Der zumindest wirklich so fein ist, dass das Steelbook sofort zerkratzt wird. Aber die Steelbooks sind auch... Ich weiß gar nicht... Boah, die sind schon, glaube ich, ein bisschen anfälliger. Boah. Boah, und da, guckt mal, Leute, man sieht es auch schon. Das hat sofort so ein paar Mikrokratzer. Also, ich habe jetzt die letzten Steelbooks, die ich ja ausgepackt habe, auch so ein bisschen mehr unter die Lupe genommen. Also sowas ist mir... Bei den letzten Steelbooks habe ich da ja auch ein bisschen drauf geachtet. Da sind mir jetzt keine Kratzer aufgefallen auf dem Hochglanz-Teil. Hier sieht man auf jeden Fall welche. Guck mal. Oh, hier auch. Ja, auch hier unten gibt es so ein paar kleine Schlierer. Richtig, richtig doll ist da jetzt keiner. Aber es ist zumindest... Oh, hier aber auch noch mal ein paar. Oh, naja. Ähm, im Vergleich zu den letzten ist das jetzt schon nicht ganz so geil aus. Sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Ist ein bisschen anfälliger. Es fühlt sich zwar sehr gut lackiert an und Co., aber, ähm, das da immer rein- und rausschieben... Boah, da habe ich Bauchschmerzen. Dafür finde ich den Inprint hier deutlich besser als bei meinen... Also bei allen Steelbooks aus der letzten Zeit, die ich geöffnet habe. Das ist das, was ich letztes Mal auch meinte, wenn ich gesagt habe, so, bitte mach da keine Movie-Scene rein oder so, sondern am besten irgendwie was Gezeichnetes, Selbstgestaltetes. Das kann man viel hochauflösender darstellen und das sieht wirklich viel, viel besser aus. Die Discs sind relativ... Ach, guck mal, da geht das Bild sogar weiter. Oh, hallo. Oh, hallo, ein schönes Doppelbild. Ja, die Discs sind relativ schlicht, langweilig, um nicht zu sagen billig, aber okay. Ich finde das ein bisschen schade, muss ich gestehen. Also, ich weiß gar nicht, das Set, wie teuer war das? Boah, das Set hat 140 Euro gekostet. So richtig gerecht wird es dem Preis, zumindest jetzt anhand des ersten Steelbooks, nicht. Boah, da habe ich echt... So, jetzt geht's los. Was ist denn hier der zweite? Ich glaube, Temple of Doom, ne? Kann es sein? Ja. Oh, weia. Hier, mal gucken wir mal. Das sieht aber... Oh, das sieht besser aus. Hier scheint jetzt erstmal nichts drauf zu sein. Auch hinten haben wir jetzt erstmal... Also, das Erste ist echt vermackelt, ne? Das hier sieht... Also, auch in Nahaufnahmen jetzt sieht das ganz schön aus. Tatsächlich, also, es wäre nur Teil 1 bis jetzt beschädigt. Das heißt, wir haben eine 50-50-Rate bis jetzt. Vier Teile haben wir noch, mal gucken, wie viele noch kaputt gehen. Schön. Also, hier sind auf jeden Fall andere Bilder auch noch drin. Das finde ich ganz schön, dass nicht immer dasselbe Bild gewählt wurde. Gucken wir mal auch hier hinter den Discs, wie das aussieht. Also, es ist so eine Mischung aus hochwertigem Premium-Set und durchschnittlichem Steelbook mit irgendwie kein richtiges... Ja, Premium-Produkt, finde ich mal so einen blöden Namen. Aber dafür, dass man relativ viel zahlt und es ausverkauft ist und exklusiv und hypt und Co. Es ist dann tatsächlich doch relativ wenig besonders, sage ich mal. Auch hier haben wir aber keinen sichtbaren Kratzer. Ja, die Motive finde ich ganz okay. Also, ich muss gestehen, dadurch, dass das hier so in diesen Gold-Gelb-Orange Farben, so wie dieser Schriftzug... Ich weiß nicht, ob das jetzt der rote Faden daran sein soll. Also, erinnert ja sehr. Es ist ja sehr an diesen Schriftzug angelehnt von den Farben. Ähm, ich finde die Motive ein bisschen langweilig da drauf. Und ich finde tatsächlich sogar die Inprint-Motive deutlich cooler. Selbst das hier hinten drauf, finde ich fast irgendwie cooler. Aber... Also, tatsächlich haben wir bis jetzt erst nur eins, was echt vermackelt war. Auch hier haben wir ein schönes Motiv hinten drin. Sean Connery und Harrison Ford zu sehen. Natürlich noch ein paar andere Leute, aber das sind die... Wo ich auf jeden Fall jetzt nichts Falsches zu sage. Ich habe richtig Bock, mir die Teile anzugucken, ne? Ich habe wirklich richtig, richtig Bock. Das hier ist der letzte Teil. Ähm, hier weiß ich auch, dass der sehr kritisch gesehen wird vom Publikum. Das habe ich schon mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wie... Also, ich habe mitbekommen in meinem Umfeld, dass viele gesagt haben, den gucken sie gar nicht mehr. Der gehört für sie offiziell nicht dazu. Keine Ahnung, wie das die Community sieht. Da dürft ihr mir sehr gerne mal schreiben, was ihr von dem vierten Teil haltet. Ja, also tatsächlich, das muss man jetzt einfach mal sagen, ist... Oh, drei Disks sogar. Jetzt geht es hier aber los. Was haben wir denn hier? Ach, das ist Bonus. Ja, klar. Bonus muss ja auch irgendwo rein. Auch hier haben wir wieder ein schönes Bild. Ich muss ganz klar sagen, ich finde zum einen, was ich wirklich schön finde, ist, dass sie alle einen sehr schönen Innenprint haben. So, das ist mein absoluter Pluspunkt dieses Sets. Da sage ich, das finde ich richtig geil. Ich finde auch einen Schuber sehr, sehr schön. Ich finde die Art des Schubers optisch von außen erstmal gar nicht so verkehrt. Aber von innen ist das doch alles so eine halbe... Keine Mogelpackung, aber sehr günstig. Es ist alles sehr günstig. Auch die Steelbooks sind jetzt nicht super krass hochwertig. Die sind nicht verkehrt, aber anhand des Erstens und auch wie man die rein- und rausschieben muss und so. Boah, das ist jetzt nicht so der Oberhit. Mich stört unfassbar, dass der Erste... Tatsächlich, ich gucke jetzt nochmal zum Vergleich, wir haben jetzt ja alle uns angeguckt. Der Erste hat einfach echt hier ein paar Macken drauf. Und das finde ich total kacke. Das macht mir irgendwie... Wäre der jetzt auch top in Ordnung, dann würde ich sagen, boah, schönes Set. Dann hätte ich nicht so viel zu meckern. Aber hier diese ganzen Kratzer und man... Ich finde, man hat die auch sofort gesehen. Und im Vergleich zu den anderen Teilen denke ich mir so, warum ist denn da jetzt einfach so viel Schlierer und Kratzer drauf? Keine Ahnung, ob ich das empfehlen kann. Ich bin da sehr hin- und hergerissen. Ich habe es euch jetzt mal gezeigt. So sieht es aus. Ich weiß nicht, ob ihr eins bekommen habt. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, ob ihr euch so ein Set geholt habt. Ob ihr euch das holen werdet oder vorhattet oder wie auch immer. Es gibt es ja noch als günstigere Variante eben in so einer Art Digipack. Ich finde es ganz okay. Ich finde es auch tatsächlich schön. Ich finde aber, es ist ein bisschen zu teuer und da zu overhyped irgendwie drumherum. Also ich bin nicht 100% zufrieden damit. Nee, ganz zufrieden bin ich damit nicht. Ich kann es aber auch nicht richtig in Worte fassen, was mich daran stört. Es ist mir irgendwie dieses Weiß und Belanglos und ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe mehr erhofft. Gerade nachdem ich das Harry Potter Set, was ich ja sehr, sehr geil finde. Oder auch die Zurück in die Zukunft Stils, welche ich so schön finde. Und dann kommt das Ding an und das ist einfach irgendwie einfach, es ist so halbherzig. So fühlt sich das an. Seht ihr das ähnlich? Was sagt ihr zu dem Set? Sind bei euch alle Stils in Ordnung oder habt ihr auch Kratzer drauf? Auch da bin ich gespannt, was ihr zu sagen habt. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war kurz und knapp. Indiana Jones ist jetzt in meiner Sammlung. Teures Set. Note 3 minus. Geht deutlich besser.